Das Zeug bleibt normalerweise nicht an der Oberfläche Na egal Es sieht einfach so komisch aus dieses Ruderboot mit Kanonen auf der Seite und so Ich muss da nicht überall bauen Wie in Fortnite so fast Wenn die in Fortnite bauen würde hier schwer gehen Ist das die Black Pearl? Ich glaube nicht oder? Bisschen zu braun für die Black Pearl Wieso gibt es nicht da so viele Blooper? Ich finde sie auch nicht Ist das etwas Neues wo es so bloopert? Was denn da unten bitteschön? Boah da sind wir voll nach unten gezogen Nice Was passiert denn hier? Da unten sind Lava Blöcke Äh Ist Gibt es das auch in normalen Maps oder ist das jetzt einfach so scherzhaft gemacht worden? Ich verliere Ich verliere Ich verliere Ich verliere Ah doch Jetzt trotzdem Jetzt gehen die Blasen runter Gehen die eigentlich wieder weg hin? Ah Sobald man Sobald man Schaden bekommt gehen die Blasen weg Ok Und ich werde noch von einem Natürlich werde ich noch von so einem blöden Vieh angegriffen Schau mal auf die Map wo ich bin Ich verstehe dich nicht Du verstehst mich nicht? Ja Nimm mal so ich verstehe dich nicht Ne ja ich verstehe dich nicht Hallo Jetzt kann ich wieder nach oben Hä? Hä? Was denn mein Boot Oder 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 Untertitelung. BR 2018